Und Sie, Jungsfräulein, bitte. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Politik, aber wenn ich wählen würde, würde ich den wählen mit den Glatzen und dem Büchlein, den Ueli von der SV, irgendetwas. Der hat so herzige, schwulstige Lippe, hat eigentlich Neger in der Familie. Und Sie, meine Herren, bitte. Ich sage euch, wenn wir Schweizer wählen müssen, nur SVP, wegen der vielen Ausländer, oder? Ja, genau. Aber wie ist es mit Philippe Darbeulet? Ah, das weiss ich, das ist der neue Trainer des FC Sion. Aha. Und, mein Herr, zum Abschluss noch, was halten Sie von der Demokratie? Haben nicht die anderen europäischen Staaten ein demokratisches System? Doch, absolut. Dann wollen wir das nicht, auch wenn. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank.